Hallo Jungs bitte registrieren Sie sich, um die neuesten Informationen zu erhalten. Ein Amerikaner, der von der Polizei in Thorington im Bundesstaat Connecticut gesucht wird, hat die Polizei informiert, sich zu melden, wenn die Facebook-Nachricht mit seinem Ermittlungsplakat genug Likes bekommt. Der 29-jährige José Sims wird gesucht, weil er nicht mehrmals vor Gericht erschien. Insgesamt gibt es sieben Haftbefehle gegen ihn. Sims hat sich Anfang dieser Woche an die Polizei gewarnt und sich bereit erklärt, sich zu melden, wenn auf seinem Plakat 15.000 Likes stehen. Die Polizeistation stimmte zu und veröffentlichte die Auktion auf ihrer Facebook-Seite. Anfangs wollte sich der Mann nur mit 20.000 Likes melden, aber der Agent, der die Verhandlung durchgeführt hat, hat diese Nummer notiert. In der Zwischenzeit hat der Posten genügend Likes erzielt, aber die Polizei gab bekannt, dass Sims noch nicht am Schreibtisch gesehen wurde.